Bei mir ist wieder einmal im Studio eine, ich würde fast sagen, der Urgestein der Schweizer Musikszene, Zina. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Nicht das erste Mal bei uns in Buchs zu Gast, gell? Schon etwa die hier vorbeikommen. Ich wusste genau, wie die Kaffeemaschine steht. Ich wusste genau, wie das Studio vergeben würde. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Es ist schön. Du machst auch schon wahnsinnig lange Musik. Fast so lange, wie ich, Radio. 25 Jahre ist es schon, seit du auf der Bühne stehst. Doch, wenn man zurück schaut, denke ich mal, was ist jetzt die Zeit gegangen. Aber das ist, glaube ich, mit allen Sachen, die man gerne macht. Da fliegt halt einer, fliegen dann die Jahre ein bisschen um die Ohren. Und das Schöne ist ja, dass man immer noch dabei ist und Freude hat an dem, was man macht. Und das ist in meinem speziellen Fall jetzt die Musik. Und weil wir ja jetzt gerade mit einem neuen Album wieder am Start sind, freue ich mich jetzt vor allem auch auf die anstehende Tour. Das neue Album heisst Emma. Ein bisschen, glaube ich, auch eine Hommage an deine Oma. Ja, das ist ganz sicher so. Vor allem einfach das Lied Emma. Aber am Schluss hat dann die ganze CD-Selle Emma heisst. Das hat sich wirklich ganz automatisch entwickelt. Das Lied Emma handelt wirklich einfach um meine Grossmüter, als ich aufgewachsen bin. Und es ist eine Liebeserklärung, eine musikalische. Kann man wirklich sagen. Kann man sagen. 13 neue Songs. Und glaube ich, das erste Mal hast du zusammen mit Adrian Stern gearbeitet. Das war ein Glücksfall für diese Art Musik. Wir haben es ein bisschen in eine andere Richtung gezogen. Ich wollte folgiger sein. Ich wollte sehr akustisch sein. Ich wollte viel Gitarre. Und auf der anderen Seite einfach Stimmen im Vordergrund haben bei der neuen CD. Und da war Adi prädestiniert als Produzent. Und euch natürlich als grossartigen Songwriter. Wir haben 95% der Songs zusammengeschrieben. Und da ist noch ein Song drauf. Zeppelin, der entstanden ist mit Remo Kessler. Das war der Gitarrist von der Schmetterband. Und immer noch ein langjähriger Wegbegleiter und guter Freund. Du hast gesagt, das ist sehr viel auch auf Stimmen. Mir ist aufgefallen beim Türenlosen, dass ein ganzes Haufen Songs eigentlich eine Kapelle anfangen. Ich bin aufgewachsen mit ABBA, mit Queen, mit Smokey und Eagles. Und da sind Stimmen extrem wichtig. Die mehrstimmigen Gesänge haben ein Gewicht, das ich auf der aktuellen CD auch in den Vordergrund stellen wollte. Und ich glaube auch darum, wir haben mir sehr gut überlegt, dass das Album auch so anfangen soll. Für uns einfach ein bisschen klaren Hinweis zu geben auf die musikalischen Tendenzen, die einen da noch erwarten. Und darum ist das mit Richie und mit mich, Tettweiler, das Lied, das nichts mehr fehlt, von der Enkli gerade wirklich mit dem A Cappella-Fersa. Mhm. Und sowieso ist mir aufgefallen, im Gegensatz zu anderen, also du hast schon viele Duellen gemacht, aber da hat es relativ viele Featuring-Sachen dabei. Also eben, du hast schon angetönt mit Richie, Tettweiler, Anna-Kwenzig und anderen. Ja. Ich habe einfach gerne ein Lead rundum, was ich mag und was ich Musik mache. Und das sind zum Teil ja ganz langjährige Freundschaften. Da kommt der eine oder andere auf das Mal ins Spiel. Und ja, es dehnt Schichten uns. Mittlerweile sind es elf Gäste auf diesem Album. Und das macht es aber auch uns, dass zwischendrifft zum Mal aus dem Nix ein Strichquartett kommt oder dass die Bläser bei Gesundheit einfach nochmal so richtig den Marschblasen und am Schluss, dass es ein Freit ist. Gigi Motto ist eine von denen, die ebenfalls mitsingt, eine alte Freundin. Und ich finde, Musik machen zusammen ist das Schönste, was es gibt. Eine Leinung, Wursteln, das macht man eh schon lange genug, bis mal ein Konzept ist von der Musik. Und vor allem auch, die Texterei ist relativ eine einsame Angelegenheit. Und da freue ich mich dann, wenn im Studio einfach Leid rundum sind, wo alle hervorragende Musiker sind und wo meinem Album einfach auch nochmal einen anderen Impuls geben. Ich suche dich ein, ist ja der Singletitel, nach wie vor noch ein Singletitel, welches relativ rechtzeitig vor dem Album ausgegeben hast. Da gibt es auch ein Video. Ich habe das Gefühl, eher ein bisschen von der Machart, der Vision an, eher ein bisschen dunkler, düster. Wir wollten wirklich Nebel, und es ist die Sonne gekommen und dann mussten wir alle halbe Stunde den Platz wechseln und die Nebelmaschine einschalten. Es war also ein sehr lustiger Dreh, das sieht man im Video selber nicht. Was es hat sollen haben, ist nicht unbedingt etwas Teusteres, aber dass man gespürt, auch im Video, dass man auf der Suche ist. Dass man auf der Suche ist nach Wurzeln, in diesem speziellen Fall, nach sich selber, aber auch nach einem Menschen, den man noch nicht gefunden hat. Und diese Suche findet nicht im schönsten Sonnenski statt. Aber mit alten Autos. Das fällt immer allen Moderatoren ganz speziell auf. Das ist wirklich auffallend. Ich weiss nicht, vielleicht weisst du, was für ein Jahrgang das könnte sein. Ich habe es bis zum Schluss nicht herausgefunden, aber ich muss sagen, ich habe ihn nicht dreimal nachgefragt. Mir hat vor allem gefallen, bei diesen Oldtimern, das Innenleben, das rote Leder, wunderbar. Und die Handbremse, die Handbremse ist noch vorne im Armaturenbrett drin. Also, es sind einfach so, wirklich die ganz speziellen Sachen. Ich glaube, es ist ein Fortkomete, aber aus welchem Jahr weiss ich nicht. Sie haben nicht die Augen sofort mitgenommen, ich habe noch die Kopfschule noch ein bisschen länger hier. Wir haben vorhin gesagt, viel Duett, viele Sachen gemeinsam. Aber irgendwie, Adrian Stern hat nicht ein Duett mit dir, oder ist das versteckt? Ja, das kann man glaube ich schon so sagen. Auf dem letzten Song, der heisst «So einfach», was auch darum geht, wenn man einfach die Situationen geniessen kann, was kein Wenn und Aber gibt. Und dass es ihr gar nicht so viel braucht. Einfach der Mann oder der Mensch, den man am liebsten hat, neben einem zu tun. Und dann ist es einfach schon ein magischer Moment. Den Song habe ich mit Adi live im Wald aufgenommen, also am Waldrand, in der Nähe von Baden. Und da hatte es eine Gitarre und zwei Mikrofone und das haben wir zusammen aufgenommen. Also da gehört man Adi. Scheuch! Es ist etwas zwischen Chorgesang und Duettpartner, es ist nicht so ganz eruierbar. Aber da, das ist so ein Duo geworden. Ein Titel, da heisst es im Pressetext, da findest du dein Glück und versuchst es oder kannst es festzuhalten. Das ist ein schwieriges Glück festzuhalten. Ich glaube, man darf das einfach gar nicht verlangen, weil dann bleibt es ja länger. Je mehr, dass man mal nachläuft, desto eher ist es weg. Und das sind ja, das wissen wir ja auch, vor allem die feinen kleinen Momente, wo das Glicken sehr ganz unverhofft kommt. Und zwar im Rahmen eines Geruchs, den einen an etwas erinnert oder wenn man morgen einen Kaffee triecht und die Sonne scheint einem ins Gesicht. Also so richtig festzuhalten kann man das nicht. Das finde ich auch. Aber umso intensiver kann man es vielleicht geniessen und das Gefühl wieder abrufen. Etwas, was sich auch ein bisschen durchs Album durchzucht, ist die Thematik im weitgehenden Älterwerden. Ja, das ist ein Thema, oder? Man ist alle, vor allem wenn es auf das Mal anfängt zu zwicken, überall. Und wenn man merkt, dass acht Stunden schläft, dann gleich irgendwie zu wenig ist zwischendrin. Das Thema Alter schaue ich auf der CD und auch in meinem aktuellen Lebensmittelpunkt oder da, wo ich euch stehe im Moment im Leben, schaue ich das relativ gelassen und augenzwinkend an. Also nur eine Zahl beschreibt ja, dass ich mich einmal in einen toten Winkel stelle, dass das Alter an mir vorbeigeht und mich nicht sieht. Das ist so, ich beschreibe irgendwie das Alter als, also personifiziere das Alter und probiere mich irgendwie aus dem Weg zu gehen. Und bei Gesundheit geht es einfach um ein Fest. Ein Jahrgängertreffen, das ich vor zwei Jahren mit meinen Jahrgängern aus dem Wallis hatte. Ein super schöner Abend. Und wenn wir uns am Schluss zugeprosten und sagen, hey, auf alles, was wir gelebt haben und das wir erlebt haben bis hin, ist eigentlich schon ein Grund, einmal darauf anzustossen und sich zu freuen. Also das ist ein Hoch auf das Leben, auf das, was das Leben alles bietet. Und der dritte Song, stimmt, das Alter ist eigentlich recht präsent auf diesem Album, da geht es um die Schönheit. Das ist ein Trio mit Gigi Motto und Anna Kenzig, wo wir eigentlich so ein bisschen in unserem Alter, vor allem Gigi und ich, die Schönheit ein bisschen anders definieren als noch mit 20, 25, nämlich als unabweichbar, als etwas, was man am besten mit Humor und Selbstironie entgegennimmt und die Einsicht, dass am Schluss die Natur gewinnt. Am 16. Februar, das ist 2019, das ist ein ganz besonderer Tag, da kommt uns einen ganz speziellen Award über. Ja, der ist schon speziell und ich glaube, der kriegt man nur ein Mal im Leben. Und der ist der erste, ich glaube, das erste Mal verleiht es in den Swiss Music Awards. Es ist das zehnte Mal, aber ich bin die erste Frau. Ah, genau. Und das ist allerdings keine Auszeichnung als erste Frau. Es wäre schön, dass ich es schon ein paar vor mir gegeben habe, aber vielleicht ist das ein Start. Es ist der Life Achievement Award und steht eigentlich für ein Lebenswerk. Jetzt könnte ich mir sagen, okay, jetzt sitze ich mich mal auf mein Schminn, oder in die Nähe zumindest, und mache mal die Decke über die Kneipe und liesse mir ein paar Strümpfe, aber das wird nicht passieren. Also das beste Beispiel ist ja jetzt eben die Emma, was jetzt gerade einfach voll weitergeht wie bis jetzt. Und ich nehme den Preis einfach als Anerkennung für die letzten 25 Jahre. Ich freue mich darüber. Jetzt gehst du mit dem Preis und vor allem natürlich mit dem Album Emma, gehst du auf Tour, anfangen durch den 1. März in Wetziken. Was nimmst du da alles mit? Am Anfang, weiss ich noch, vor etwa 20 Jahren, habe ich mich sehr schwer getan, also abendführende Programme zusammenzuverkommen, den einen oder anderen Coversong noch dazu genommen, also es reicht für anderthalb Stunden. Und heute sind es über 150 Songs. Und das ist natürlich, ist das ein super Luxus und ein Luxusproblem. Aber uns zu wählen, welche Lieder das dann zum Abend passen, das ist, da habe ich mir jetzt gerade schon recht die Haare gerauft, bis das ist klar gewesen. Jetzt werden wir sicher in die Zukunft schauen, ein paar Songs ab Emma, und aber auch zurück. Die 25 Jahre sollen gefeiert sein, wir gehen musikalisch jetzt zurück zu den Anfängen und ich bin gespannt, wie die Leute auf das reagieren. Ich freue mich auf die Tour. Am 6. April bist du im alten Kino in Wetz, da warst du, glaube ich, auch schon, wenn ich mich zurückerinnere. Habe ich das Gefühl? Immer wieder. Ja, natürlich auch mit den Veranstaltern entwickeln sich so schöne Bekanntschaften, die zum Teil Freundschaften werden. Und vor allem auch ein schönes Gefühl, wenn man wieder an die Orte zurückkommt, wenn man weiss, da ist jemand, der sich freut, dass man kommt. Er hat im Vorfeld gearbeitet, hat Plakate aufgekauft, hat Werbung gemacht für unser Konzert und es gibt nachher einen guten Abend mit den Leuten. Sehr schön ist auch, wenn es stimmungsvolle Lokale hat, das ist jetzt wieder eins von denen. Und ja, ich bin nicht so viel in dieser Gegend und ich freue mich jetzt in Mälz wieder so ein bisschen hier in die Berge zu kommen. Du bist eigentlich durch die ganze Schweiz, du bist auch 17.5. im Schaffhausischen, im 25.5. in Kirchberg. Also auch in der Ostschweiz, aber nicht nur Denk, gell? Nein, gar nicht. Wir spielen natürlich im Wallis, haben da schon verschiedene Konzerte uns verkauft und haben jetzt noch etwas dran. Sie sind ganz sicher in Bern, der Mühli Hunziker, ja, eben Schaffhausen, in Heggeschwil sind wir auch, Kultur in Bären. Die sind, glaube ich, aber auch uns verkauft. Und dann sind wir natürlich auch in Winterthur, in Basel. Also wir spielen eigentlich in der ganzen Schweiz bis Ende Jahr und das werden ca. 40, 45 Konzerte sein. Und die findet man sicher mit vielen anderen auf deiner Webseite? Sina.ch, da findet man das alles. Man findet auch das Video, wo man das Auto checken kann. Vielleicht findet einer uns, aus welchem Jahr das ist. Soll er das schreiben? Genau, das soll er sich melden. Und ganz viele andere Infos. Ganz viele andere Infos. Und bei uns gibt es Musik dazu. Danke vielmals, Sina, dass du bei uns vorbeikam bist. Merci, jöi. Danke vielmals, Sina,